Das ist das unheimliche Kennzeichen unserer Zeit, dass sie in der großen Masse die Fähigkeit verloren hat zum Gebet und damit zum Glauben. Es gibt einen berühmten Schriftsteller, der ist in Wien gestorben, Franz Werfel, hat einen Roman geschrieben, der veruntreute Himmel. Und da sagt er einen Satz, der mir nachgeht, solange ich unter Menschen lebe. Das Kennzeichen der modernen Zeit ist die metaphysische Verdummung des Menschen. Metaphysisch heißt also die ewigen Dinge, die einer anderen Dimension sind, wissen Sie, die auch wirklich sind. Die metaphysische Verdummung, dass der Mensch so lange verdummt worden ist durch Fernsehen, Radio, Geschwärtspropaganda, Ideologien, Politik, Nachbarn, Terror in Fabriken, so lange verdummt worden ist, bis er gar nicht mehr die Fähigkeit hat, damit zu rechnen, dass Gott da ist und gar nicht mehr beten kann. Kann man mit Gott reden, man könnte, wenn man nicht verdummt worden wäre durch 100 Jahre deutscher Geistesgeschichte. Ich muss nochmal die Sache erzählen, die ich gerne in Evangination erzähle, dass ein 16-jähriger Junge mir erzählte, wie er im Krieg noch eingezogen wurde. Und dann wird in der Batterie ein Bombenangriff gemacht und er kommt als Erster aus dem Bunker und findet einen Mann, dem der Leib aufgerissen ist. Und da will er ihm helfen, da sagt der Kerl, ich muss sterben, da brauchst du nichts mehr zu helfen. Ich brauch bloß noch einen, der mit mir beten kann. Junge, bete mal. Er sagt, der Junge, ich habe in der Hitlerjugend Fluchen gelernt, aber nicht beten. Und da bin ich zum Wachtmeister gelaufen und sage, Wachtmeister, kommen Sie mal. Und da kniet der Wachtmeister bei dem Mann, dem der Leib aufgerissen ist, dass die Därme rauskommen. Was willst du, Kamerad? Wachtmeister, ich muss sterben, beten Sie mit mir. Himmel, sagt der Wachtmeister, beten kann ich nicht. Und holt den Oberleutnant. Und schließlich stehen, die gestandene Männer, die sich in Stibbel einbilden, dass sie für Kerle sind, die jeden dreckigen Witz erzählen können, die fluchen können wie die Kümmeltürken, stehen da und nicht einer kann beten. Nicht ein armseliges Vaterunser, kriegen Sie raus. Der Junge hat mir gesagt, ich habe da gestanden und gesagt, wenn ich aus diesem dreckigen Krieg rauskomme, dann ist es erst, dass ich wohin gehe, wo ich beten lernen kann. Ich möchte nicht so elend verrecken wie der Mann. Sehen Sie, das ist die Lage unserer Zeit. Ob ich bei Generaldirektoren bin oder bei Arbeitern. Der eine ist zu klug zum Beten und der andere steht unter Terror des Freidenkertums. Wir können es nicht mehr. Und das ist allerdings eine beachtliche Katastrophe, was der gescheite Franz Werfel die metaphysische Verdummung nennt. Darum diese graue und volle Hilflosigkeit jedem Schlag gegenüber. Ich habe mit Menschen in Essen in Bombenkellern gesessen, die so eine Klappe hatten von Endsieg und Wunderwaffe und Üre und Deutschland. Und dann saßen sie im Keller und haben gewinselt. Und wir Christen haben ihnen Lieder vorgesungen, damit sie es durchhielten. Wir konnten nicht mehr beten, wenn der Mensch nicht beten kann. Das ist eine Katastrophe. Neulich steht ein Mann vor mir, ein kluger, gebildeter Mann, und sagt so lächeln, Herr Pfarrer, das Beten hilft auch nicht vorwärts. Da habe ich ihn angedonnert im Zorn und habe gesagt, schwätzen Sie doch nicht so dumm. Wieso, sagt er. Ich sage, Sie kommen mir vor, wie wenn ein Beinamputierter erklärt, Skilaufen hat auch keinen Wert. Er kann es ja gar nicht. Über Skilaufen kann man diskutieren, aber nicht mit Beinamputierten. Nicht wahr? Und so sind wir. Wir können nicht beten, dann stellen wir uns hin und sagen, bete, das hat auch keinen Zweck. Sie führen aus meinen Worten, dass ich den Respekt vor der deutschen Männerwelt verloren habe. Nicht? Es hat seine Gründe, glauben Sie mir. Je armseliger wir werden, desto größere Sprüche kloppen wir. Wenn ich sie dazu breche, dass sie heute Abend nach Hause gehen und sagen, weiß Gott, das Geringste, was ein Christ kennen sollte, beten, das kann ich nicht. Und da packt mich allerdings nicht nur ein Zorn über die Verdummung, über die arme Verdummung unseres armen Volkes, sondern es packt mich eine große Wehmut. Sehen Sie, es rührt mich immer, mit welcher Selbstverständlichkeit die Kirche immer noch tut, als wenn die Leute beten könnten. Ist bei Ihnen auch so, an Weihnachten gehen Leute in Kirche, die sonst nie kommen, ist das hier auch so? Ja. Und ich war an so einem Weihnachtsgottesdienst, alles überfüllt. Und dann sagt der Pfarrer, das rührt mich. Wir wollen beten. Und dann machen sie alle so. Da möchte ich reinschreien. Tut doch nicht so. Keine 10% können ja beten. Markiert ja alle. Habe ich recht? Bei Trauungen, wir wollen beten, bei Beerdigungen, anschließend saufen. Nicht? Und dann stehen Sie mit Ihren Zylinderhüten da und meinen, wenn Sie in Zylinderhüten gucken, dann der gebetet. Sehen Sie, als ich Soldat war, schon vor 1915, da hatten wir ihren Kirchgang befohlen. Und da hat der Feldwebel vorher Unterricht gegeben. Da sagte er, ihr geht ganz still in die Bank rein. Wenn ihr der Bank seid, dann bleibt er stehen, nehmt den Helm vor und zählt bis zwölf, langsam bis zwölf, dann hinsetzen. Und da saß das Publikum oben und sah die Soldaten. Und jeder dachte, wie fromm die beten. Die zählten bis zwölf, dann setzten sie sich hin. Bitte! Selber so erlebt bei den 15 in Karlsruhe. Ich glaube, dass bei Trauungen, Beerdigungen, wenn es heiße wollen, beten die Leute bis zwölf zählen. Oder gar nicht mal das. Sehen Sie, es beschleicht mich ein Wehmut, wenn ich denke, dass man das mal konnte, sagen wir beten. Und dann konnten die Leute beten und haben nicht markiert. Der große Erforscher von Innerafrika, Livingston, einer der größten Männer, die die Welt kannte, mutig und gelehrt und klug, ist auf folgende Weise in die Ewigkeit gegangen oder ein Weltmensch sagt, gestorben. Da war er in Innerafrika nur mit seinen eingeborenen Trägern. Und am Morgen haben die Trägers Gepäck gepackt und die Hütten abgebrochen und es steht nur noch das Zelt von Livingston. und sie stören ihn nicht, weil sie wissen, am Morgen betet er. Da spricht er mit seinem himmlischen Tuwan. Aber diesmal dauert es lang und dann schaut der Führer der Kolonne, der Trägerkolonne, ins Zelt durch den Schlitz und sieht, er liegt noch auf den Knien. Dann haben sie gewartet bis Mittag. Und am Mittag haben sie endlich gewagt, dieses Zelt aufzumachen. Da lag er noch auf den Knien und war gestorben. Das Herz stand still. Dieser große Mann, dieser Entdecker in Afrikas, dieser bedeutende Geist, ist auf den Knien gestorben. Und der deutsche kleine Spießbürger sagt, beten hat keinen Sinn. Schämen wir uns nicht! Statt zu sagen, der Träger ist ganz nicht mehr, der Mann konnte das. Der Sterber auf den Knien. Wir sterben im Krankenhaus mit Spritzen, nicht? Sonst halten wir Sterben nicht aus, wenn die Ärzte uns nicht betäuben. Der Mann brauchte keine Spritzen. Er redete mit Gott und im Gespräch ging er hinüber. Wie ist das in den Häusern? In meinem Elternhaus war es so, dass wir waren acht Geschwister. Morgens eben vor dem Frühstück alles sich versammelte, wurde ein Lied gesungen, Morgenlands der Ewigkeit oder Lob den Herrn. Und dann wurde ein Bibelabschnitt gelesen und hat mein Vater gebetet. Das ging mit mir, auch als ich gottlos wurde, dass da gebetet wurde. Und als ich abfiel und auf schlimme Wege kam als junger Offizier, war dies gebet der Eltern wie ein Seil, das mich zurückriss. Haben Sie noch einen Morgenandacht? Ihr Männer! Gott fordert von euch die Seelen eurer Kinder und Frauen! Wie fängt bei euch der Tag an? Singt man da ein Lied? Wird da ein Bibelwort gelesen? Ihr könnt nicht beten, nicht! Was passiert, wenn eure kleinen Kinder sagen, Papa, bete du mal morgens mit uns? Ich habe es erlebt, dass ein vornehmer Herr in Essen mich bat, besuchen Sie mich mal. Und da saß er mit seiner Frau und da sagt er mir, es ist was Tolles passiert. Mein 16-jähriger Sohn kommt von ihrem Jugendkreis und fragt, warum wird bei uns nicht gebetet? Und da hat der Mann so gesagt, ach, das sind ja alles bloß so, da ist nichts dahinter. Und da hat der Sohn gesagt, Papa, was hältst du vom Heiligen Geist? Da hat der Sohn, hat der Vater gesagt, da halte ich gar nichts von. Da hat der Sohn gesagt, das ist das Unglück unserer Familie. Wir brauchen einen Vater, der um den Heiligen Geist beten kann. Das erzählt mir der Mann. Und da sage ich, hören Sie mal, soll ich Ihrem Sohn den Kopf waschen, das auch ein bisschen frech ist zum Vater. Und da sagt der Herr, nein, nein, ich meine so, wenn der Junge Recht hat, dann liege ich schief. Ich sage, sie liegen schief, der Junge hat Recht. Ja, sagt er, das fürchte ich, dass so ist. Was soll ich tun? Für den Mann ging er auf einmal auf. Meine wichtigste Verantwortung als Hausvater habe ich verpasst. Es genügt nicht, dass sie ihre Kinder Schuhe und Strümpfe kaufen und Hemd und Essen geben. Ihr Väter hat eine Verantwortung. Könnt ihr beten? Ah, da können wir es nicht. Das heißt der Mann, er kann nicht um den Heiligen Geist beten. Der 16-jährige Sohn fragt, wie ist das Vater? Und da sitzt der einselige Deutsche Gebildete und kann es nicht. Nicht. Wissen Sie, wie, mir kommen die Menschen unserer Tage vor, wie, ich muss ein Beispiel brauchen, es gibt unter Seeleuten eine Sage über die sieben Weltmeere geistere ein Schiff, das völlig verlassen sei und doch nicht untergehe. Und dann könne es so eine Sage passieren, dass so ein Dampfer übers Meer fährt und sieht so ein Schiff und funkt das Schiff an. Und das Schiff antwortet nicht. Wir sind solche Gespensterschiffe. Gott funkt uns an. Bald mit Lieben, bald mit Leiden kamst du, Herr, mein Gott, zu mir, dir mein Herze zu bereiten. Gott funkt uns an durch Ereignisse, durch ein Wort, bei der Beerdigung, Glockenläuten, Gott funkt uns an. Aber wir können nicht antworten. Gespensterschiffe. Ich habe mal erlebt, als ich über diese Dinge sprach, dass ein kleines Kind nachher seine Mutter fragte, warum schimpft der Mann auf der Kanzel so? Ich hoffe, Sie verstehen, ich schimpfe nicht, sondern mir bricht manchmal das Herz vor Erwarmen, wohin man unser armes Volk gebildet und Arbeiter, Männer und Frauen, Alter und Junge gebracht hat. Dass man schlicht es nicht mehr kann, Gott anrufen, der neben mir ist. Gott anrufen, Ich glaube, ich schlicht mir nicht mehr was, wenn es nicht mehr ist, ich auch nicht mehr oder was, wenn es nicht mehr ist, wenn es nicht mehr ist, wenn es nicht mehr ist, es nicht mehr ist. Vielen Dank.